So, kleine Schnuckwurzmaus, das werde ich mal hier auspacken und wir nehmen uns mal beide vor, dass es jetzt ganz geschmeidig hier geht. Ja, hast du verstanden? Ganz geschmeidig? Okay, da bist du. Achtung, jetzt kommt die Grabbelhand. Oh, das machst du super toll. Super, super toll machst du das. Aber mein Schatz, hier in den Finger beißen ist eine der besten Ideen am Anfang. Prima. Okay, so Rübchen, ja, bist du gleich in der richtigen Ecke gelandet. Okay, darf ich mich vorstellen, ich heiße Gina. Du hast noch keinen wirklichen Namen, musst du dich erstmal angucken, weißt du? Du heißt jetzt erstmal Schnuckwurz. Namen lassen wir uns nachher noch einfallen. Und ich lasse dich jetzt auch gleich mal ganz schnell in Ruhe erstmal durchschnaufen, ne? So, eine hübsch bist du. Ja, wohl eine hübsch. Okay, Süßbär. Dann schauen wir mal, ne? Herzlich willkommen erstmal. Ruhe dich erstmal aus, Süßbär. Okay. Okay.